Ähm... Ja... Hier wären, glaube ich, alle Rohren gewesen. Wir haben doch Rohre schon kaputt gemacht. Sind jetzt wieder am Anfang von dem Gebiet. Waren das nicht zwei? Wir haben doch zwei kaputt gemacht. Achso, ich hab ja, das sind halt zwei Paare oder so. Ja nö, stand ja nicht zwei Paare. Oh oh, Rack. Ah! Meine Freunde. Oh oh, der ist auch Level 25, ich hab Angst. Oh oh, ich hab zu Recht Angst. Gut dann, bleib ich mal besser weg. Wir müssen uns verpissen uns. Wo bist du? Hinter dir. Machst du, schießt du auf den? Nö. Mach halt! Ich sorg grad dafür, dass dich nichts anderes angreift von hinten. Achso. Ja. Ja, das machst du aber nicht gut. Ah, dankeschön. Ich will den jetzt platt machen noch. Du bleibst hier, du Rohre. Ich kriegst meine Shotgun ins Gesicht. Hier, mach ihn noch platt. Ja, mach ich. Dann kriegen wir die XP so. Wow, was da alles rausfällt aus dem. Wow, du hast Shotgun Level Kenntnisse 12 erreicht. Was hab ich... Was hab ich erreicht? Shotgun Level Kenntnisse... Äh, ja. Ne. Shotgun Kenntnisse Level 12. 12. Ist das gut. Ja. Gesser als 11, oder? Achso. Wow, cool! Cool, 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 cool! 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0. Ja, das ist eine R idealen Waffe. Oh, so. Ähh. Ich hab grad eben... Unendlich Munition. Ja, hat sie. Weil sie sich wieder von alleine auflädt. Aber die... Die sind halt echt scheiße. Also ich kenne keinen, der wirklich gern mit denen nachgespielt. Oh, damit kann man sich selbst verletzen. Ja, ja. Cool. Aber die rocken halt wie die Sau. Also wenn du da wirklich triffst, ist tot. Deswegen sind die Projektile auch so kacke langsam. Siehst du, lohnt sich doch, über seine Verhältnisse zu leben. Ja, wobei der war jetzt nur ein Level höher als wir. Ja, also vorhin waren wir halt noch 23, als wir uns mit jemanden angelegt haben. Klaust du mir meine Karre? Ja. Tu und? Ah, du hast ein Tagebuch eingesammelt? Ja. Ah. Lag da im Karton. Ach, im Karton? Stimmt. Da war ja was. Nee, das war in dem anderen Gebiet. Ach so, anderer Karton. Ja. Oh, 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 oh. Legst du dich schon wieder mit irgendwelchen Leuten an? Nee, mit dem Rand der Welt und Snipern, die dann auf mich schießen wollen. Was mit dem Rand der Welt? Ja. Ich war am Rand der Map und da haben wieder Sniper auf mich gezählt. Wo bist denn du hin, um Gottes willen? Ich habe eine Waffenkiste gefunden. Was machen wir denn hier? Boah, die hat mir halt nochmal schlechte Feuerrate. Waffe Das macht mir zu viel Schaden Das Shotgun So Was haben wir denn hier Der Sniper und der Shotgun Boah scheiß Rax Verpisst euch Rax Kommst du zurecht Hast du irgendwas zum töten Hier den da Sag rechtzeitig Bescheid Ja ne Wo bist du denn Ja ich komme Nein nein Ja ich hab da oben eine Waffenkiste gefunden Eigentlich gerade am Waffen aussuchen Weißt du Waffen shoppen Hey nicht so schüchtern Lohn schnapp dir her Was ist Na toll jetzt sitze ich hier in der Scheiße Na so schlimm ist nicht Muss nur meine Shotgun auspacken Und dann Wirds noch ein guter Tag Achso die Waffenkiste hast du gefunden Ja genau die Ich verstehe Ist da oben noch die Karre Dann bringst du mal mit Na die kriege ich wahrscheinlich nicht eingesammelt Äh da runter Was warum Man weil ich gerade am einsammeln war Hä Warum kriegst du dann die Karre da nicht runter Warte kurz Ich guck Ich bin auch da auch runter gekommen Direkt ein Tagebuch Genau Und haufenweise Muni für dich Muni 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 Sehr gut Sehr sehr gut Na guck das ist Ist das nicht da wo wir die Rohre Ne ist es nicht da wo wir die Rohre Kaputt gemacht haben Na danke Für Ah ich mein bitte Mach ich doch gern Ups Waffenkiste Mit einer schlechten Reife Mit einem Classmod für dich Und Muni für dich Du wirst hier mit Muni Übelst zugeschmissen Ja Ich bin jetzt auch endlich mal wieder Auf dem Level wo ich sagen kann Ich hab Muni Ah So Nein So dann haben wir hier ja fast alles eingesammelt Ja Brauchen noch drei Tage Bücher Noch ne Achso Muni Kiste Du weißt wo's lang geht? Ne Gut Ähm Wo wirst denn du? Äh hä? Ich fahr grad im Kreis Hm cool Ich fahr dir hinterher im Kreis Oh Kracks Vögel Oh Noch mehr Vögel Aufgeblasener Vögel Oh yeah Oh nice So Wir brauchen noch ein bisschen XP Dann bin ich Level 25 Dann kann ich meinen neuen Raketenwerfer auspacken Ähm Ja Ich hab grad ein kleines Problem mit der Wegfindung Was Was wie's Hä? Einfach Ähm Hier lang Ja Dachte ich auch Ja Aber wo ist da das Problem? Ja weil Ich hier grad schon mal lang gefahren bin Ja warum Hast du da nicht das Tagebuch geholt unterwegs? Ist doch bestimmt hier oben drin Das liegt hier im Dreck Ne Nicht hier oben Noch mehr Vögel Alter Ups Ey Ich wollte grad meine Shotgun auspacken Ähm Nice So Ups vorbei Bin immer wieder fasziniert Dass die Shotgun auf die Entfernung noch irgendwas trifft Da gibt's da Arena Aua Mixer Wo? Da hier Wo ganz riesige Leuchtreklame dran steht Arena Da ist nix Wie da ist nix? Klar Musst du nur reinkommen Das ist n Darkroom Mann Was? Aber hier geht's rein Ein Darkroom Achso Das ist aber ein neues Gebiet Ne warte Warte mal Warte mal Kenn ich nicht Ne kennst du nicht Ist mir gänzlich unbekannt Sollen wir mal reingehen Was geht denn hier? Weiß ich nicht Arena Digestpool Hä? Ähm Suas Ah Das ist Das ist hier Ähm PvP Ach lol Ist doch was Nur vom Haus zu verwenden Okay So müssen wir da erst rein Wir machen uns gar keinen Schaden Hör doch mal auf Das macht keinen Schaden Ne mach ich nicht Wie? Ne machst du nicht Kein Schaden Achso Ich hab gedacht aufhören Ja dann gehen wir mal rein Ähm Ja Das ist doch Kacke Ja komm Guck mal So Deathmatch Wo bist du? Komm her Boah Bäm Hahahaha, ein Verfingterschlag. Ich will hier wieder raus. Gibt's nicht. Das tut so weh. Was? Gelab. Ja, das ist der Assi. Was? Du mit deinem Nahkampf, du machst dich unsichtbar und BÄM. Ich brauche ihn nicht. Fuck. Nice. Respawn. Ja, knickelt man. Ich sag doch, das Shotgun ist geil. Ich mach dir null Shot. Ich dir auch. Ist vorbei? Ah, ist vorbei. Drei Runden. Okay, cool. Hier gibt's Speicher, also so Dings. Da können wir wieder hin, wenn uns zu langweilig ist. Guck mal. Ich habe jetzt eine schlimme Befürchtung. Ja? Kann das sein, dass unsere Karren jetzt weg sind? Kann sein, ja. Gut. So. Ah, wo ist das Tagebuch? Hast du es immer noch gefunden? Nee. Aber hier irgendwo. Ah, da oben drin wahrscheinlich. Ja. Muni! Mach mal. Ich schweb bei mir in der Luft. Du schwebst in der Luft? Ah, jetzt ist die Waschmaschine erst klar. Hallo. Cool. Ja. Hm. Zmentierer. Hier... ... dass alle 200